da sind wir mal wieder mit fasmo phobia damit es lange nicht reingeguckt aber zu halloween schafft mir schauen wir noch mal rein mit dem puto dem andi und dem sascha das sind hola fasmo schreit uns heute ein bisschen an ich gehe euch auf den sack könnte man sagen mag ramirez reagiert auf alle entkommen im geist während einer jahr mit dem mf messgerät beweise für das übernatürliche reiche eine durchschnittliche sanity von unter 25 prozent die haben wir doch von start oder so haben vergessen die sachen mir zu nehmen ich habe vergessen ich muss ja vdrücken wieso jeder einhalten sonst wird es ein monolog ja aber ich werde ich hatte ich sagen gekauft hat ist geil hatte ich eigentlich auch was dann für einen hartfossgänger wofür ist zettel und stift damit er was mal hier es geht los jungs ich habe keine taschenlampe oder der taschenlampe aber mir wird schlecht bei diesen punkten was für ein wie heißt der geist hallo lade hört ihr mich nein ja sehr gut ich scheitere schon daran die tür aufzumachen du musst mit linker maustaste links links und aufziehen jetzt mal aufschieben linke maustaste linke maustaste und dann aufziehen linke maustaste gedrückt halt ja das wo ist das ein süßer hund hier oh hundchen wie konnte man sachen noch mal hinstellen und nicht einfach noch hinwerfen da ja aber nicht ja aber nicht die scheiße haus ja 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 ich habe das entscheidende aber bitte ja da ja ja solle wieso liegt ihr stroh links rechtsklick ja sollte so haben ja waren ja nicht genug ich habe auch keine tasche klappe zur feiglinge ich glaube der geister stand doch reagiert auf einzelne also ich gehe mal raus gemacht hat schon übrigens temperatur ist ein bisschen gesunken hier wo ich stehe sind jetzt 15 grad sonst 22 ich habe leider kein licht ja stimmt level 6 wer hat denn das imf gerät gehabt und hat mich bescheid doch das ist anders ich kann also nicht rein Licht müsste wieder gehen Easy Was, IMF 5? Das ist ja gar nichts Ich gucke mir über die Sterne an Talk to me Licht ist wieder aus Wie bitte? Ich gehe mal wieder Licht anmachen Licht weiter unter 10 Grad Habt ihr Licht ausgemacht? Temperatur ist nur bei 5 Grad gefasst Licht geht wieder Alter Der war kass Rechts, denk dich Alter, willst du das? Verfickter Geist, mach was Das Ghostfield macht nichts hier Alter, das ist ein geiles Versteck Guckt euch das mal an Mega Für Forstmove, Versteckenspiel Ja, richtig krass Temperatur ist 7-8 Grad Das ist halt ein Schisser, der regiert nur auf alleine Da stand, der regiert auf alle Achso, da hab ich schon wechselt Okay, sorry Hab ich aber erst dreimal gesagt jetzt Ja eben, konntest nicht hören Hatte ein Mikrofon aufgestoßen Oh, er hat irgendwo nicht geholfen Hello Ghost, where are you? Man musste seinen Namen sagen, ne? Wie hieß der? Ramirez? Ramirez? Ramirez oder sowas? Ramirez Ramirez Gonzalez? Ramirez 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 Ich hab irgendwas gelesen mit Watery Grave Watery Grave Watery Grave? Ja Okay Ah Was? Na, dann schick mal kurz auf 3 auf Schwere Kameras angucken Boah, der Fernseher ist schon creepy Alter 4, glaube ich Naja, die Map hat nur eine Kamera Ja Aktivität war auf 3 zwischendurch, aber es ist wieder auf 0 Ich glaub wir sind durch hier, ne? Wir können abhauen, hier gibt's kein Wert Alter, die Sanity ist ja noch nicht mal gedroppt großartig Sanity muss halt runter gehen, na Alter, das Echo Bei wem hört man das? Da schallert bei jemandem im Gehirn Wenn du neben mir stehst und mein, äh, Dings geht los Dann geht ja unsere beiden, äh, Motivation los und kriegst so ein Echo da Eingeschissen? Na, geht so Was ist das Ding? Ist das mit Reden oder so? Mit Reden oder so? Ja, dieses Scheiß Ja, hier ist auch Marco Ramirez, Marco Ramirez, Marco Ramirez und so, oder? Ist der so? Marco? Marco? Marco Polo Hallo? 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 Ist hier jemand? Du hältst uns auf jeden Fall sehr komisch Marco Ramirez Spricht mit uns? Spricht mit uns? Sag was, mein Freund? Wir wollen nur reden Marco? Marco Polo Marco Polo Rät mit uns Marco Polo Please Er hat ja angerufen, aber Na Sag was Gib uns Zeichen Alter Come out, come out, wherever you are So muss er, Junge, so muss er Training Ah, hier ist das Telefon, alter Ja, er soll mal anrufen Ruf uns an Hallo? Marco Ramirez Stech dich ab Hallo, talk to us, Ramirez Alter, die Aktivität ist komplett auf Zero Ich glaube, der ist tot Ich glaube, der Geist ist tot Ich glaube, der Geist ist tot Ich glaube, der Geist ist tot Äh, ja Hallo, Ramirez Jemand zu Hause? Okay, auf jeden Fall haben wir Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt Find Evidence of the Paranormal mit dem EMF-Reader Haben wir einen EMF-Reader? Ist das dieses Ghost-Field? Aber wo steht denn jetzt hier, bitte? Ich denke Oh Action Jackson Das war ich Sehr gut, danke Danke, danke Du glaubst euch immer noch, der Geist Der hat das hilft Null-Aktivität Ah ne, jetzt kommt da ein bisschen was Auf 2 ist es gut Also ich... Ich denke mal, das ist im Keller, oder? Aber 2 ist ja so gut wie gar nicht Sascha ist im Keller, weiß ich nicht Ich bin kein Geist, ich bin es Mark Ramirez, Mark Ramirez, Mark Ramirez, Mark Ramirez Marko Polo Marko Polo Warum bin ich eigentlich mit euch bei einem Zwilling unterwegs, ey Ich hab was im Buch, Junge Mal gucken, ob die Aktivität dann hoch geht Was machen? Was sollen wir machen? Einfach nur mal auseinanderlaufen Mal gucken? Er ist hier? war ich doch die ganze zeit bin auf dem weg ich mache mal lichter aus vielleicht mag er das mr ramirez hier hat er im f ausgeschlagen auf fünf nein es war die frage war zu hoch noch ich gehe mit ultraviolet noch mal in den keller und gucke reagiert er echt auf alle ja deswegen frage ich ja mr ramirez show yourself say hello mr ramirez are you afraid of us emerging from a watery grave a quiet spot to watch the sunrise mr ramirez is that you mr ramirez ich mache mal das licht weiter hier aus mal gucken wo ist denn hier der lichtschalter und machi hat sich was getan wer ist am auto du bist am auto was ich gerade nein ich das auto mal jetzt jetzt wird er runter auf 255 ja auf geht's wer mich nicht so zügig hat dann weiß ich auch nicht dazu kommt ins bild folgt dem grünen licht mark ramirez mark ramirez mark ramirez der mark mark ramirez langweilig das abhauen ja da kommt er nicht rein ich mache noch licht aus dann findet er uns nicht kommen mister ramirez thermometer ist hier auf 20 grad wärmer als im haus mark du bist langweilig und wir gehen jetzt im thermometer nach wie wird es kälter müssen den langweiligsten geist aus dem termometer amiris wo bist du links abgewogen ja da bist du hier läuft hier ist ein spruch an der wand hat du das gelesen wo wer was genau schon vorgelesen passiert halt nix wo wo ist er irgendwann hier hinter der tür emerging from a watery grave a quiet spot to watch also der macht ja auf jeden fall irgendwo türbewegung nein das das war ein test ob er irgendwie reagiert darauf dies ich bin nur die ganze zeit drin aber hier passiert nichts mark ramirez kommst du bitte zu mir marco mark ramirez hier passiert aber gar nichts ist im keller ist ja klar logisch eindeutig samsung guck mal auf mich ich habe hier diese lampe jetzt schüttel ich mir ein passiert nichts du machst gar nicht echt nicht du stehst wie dumm gerade bei mir habe ich die geschüttelt nicht gerührt mark ramirez mark ramirez mark ramirez mark ramirez mark ramirez mark ramirez ich hab einfach nichts nichts gegenstand hast ich glaube mark ist schuld hier schenk dir was schenk dir was kannst du das aufheben und meine lampe leuchtet das bei euch hier aufkriegt in der ecke ja hast du dahinter geworfen ich hab irgendwie verloren egal ich hab ne fernbedienung alter geil alter du hast die fernbedienung ja jetzt kann ich hier aus der entfernung steuern wie geil ist das denn ich hab irgendwie ein stockwerk schönes jetzt hier oder ich hab ein bild für dich sascha ja zeig mal wie geil ist das denn was hast du da das ist ein geiles bild ah ja ja man natürlich mark ramirez ja komm scheiß drauf kannst du irgendwas mark komm schon mark ist rassist er mag uns nicht mark ich frag mich immer wo die einwohner sind einwohner alter die bewohner jetzt war es einmal auf 6 jetzt war es einmal auf 6 ist er aktiv jetzt? ja ich glaube schon ist gerade ein runter oder auf 2 aber es war einmal kurz auf 6 ja 4 ich hab ihn provoziert dauert halt auch eine stunde bis die sanity runter geht ne? ja die kamera hat sich bewegt ja da ist eine kamera die ich da aufgestellt hat aber wo steht die? auf der couch auf der couch jetzt wird auch noch mehr auf die mark ramirez Where are you? Say Hello. Marc Ramirez Marc Ramirez Die Tür ging auch nicht auf Sascha ich bin bei dir ich bin bei dir Sascha oh mein Gott wie creepy die Tür aufgeht Sascha lebst du noch Sascha Hallo Leute Hört ihr mich noch Ja bitte Sascha ist tot Ach Leute die Tür war zu Ja weil er gehandelt hat Nein aber ey gerade die Tür die ist bei mir automatisch so langsam aufgegangen Also bevor du die aufgemacht hast Ach Sascha du bist doch nicht tot Wie kann das sein Du durch Wo ist denn hier das Gerät das diese grünen Punkte macht Das liegt jetzt am Fernseher Das ist da irgendwie reingebockt Oh ihr Helden Wo liegt die Kamera Nächste bei Sascha Komm mal her Zum Ausgang Oh ich hab Sascha gefunden Hatte? Nein Alter der liegt neben mir direkt Endlich Endlich hast du mich gefunden Du bist schon 10 Minuten drinnen und hast mich nicht gesehen Erst als ich mich geduckt hab Ist die Kamera dann auch hier drin? Ich hab keine Ahnung Nimm mal einer das Thermometer Hinter dir Nimm mal das Thermometer Im Flur Ja lass uns das halt alles What? Ich hab Ich seh das Haus nicht mehr Wenn ich so guck Dann seh ich einfach nur draußen Äh lass uns das Lass uns den ganzen Scheiß mal in die Garage bringen Oder wo war der? Der hat sich halt hier vorne Der war Garage Garage Durchgang Hier Waschküche mäßig Oh no Oh no Alter was die Geräusche drüber Mich? Ja Hey? WTF? 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 Durchgeschmied glaube ich oder? Jut ich hab wieder so schwingen das Wir sind durch hier oder? Wir ziehen ab Ja Stannity ist ziemlich niedrig Haben wir Wir sind da escape vom Go Sie haben wir dafür kein Häkchen Wir escape was? Wir sind doch geflohen Ja weiß ich nicht Schwierig Wohl wann mach ich gestorben ist Ja ich würde sagen wir sind fertig aber wir müssen doch was auswählen Nö wo wählt man was aus? Ich glaube escape und dann Doch nicht Jordan? Keine Ahnung Ah Jut Oder? Ne doch nicht Ich hab keine Ahnung Dann dreht man dann überhaupt noch irgendwas aus? Ich hab keine Ahnung Muss man eigentlich Ich drück einfach mal Ciao Leute War schön mit euch Habt ihr ehrenlos mit euch jetzt einfach verpisst? Ich fasse es nicht Ich hätte ja nochmal darüber reden können was ihr auswählt Ah Benji Wir holen ja grad bisschen Kohle rein Hast du das richtige gewählt wenigstens? Ja klar Wir haben nichts gewählt Wir wissen gar nicht wie Ach ey ey Aber echt? Journal Benji wusste ichs doch Ja aber wie Journal? Ich hab nicht gefunden wo das war Auf Escape ist das Journal gewesen Auf Escape oder auf J ist es auf Escape Nee Das war schon immer so Alter ich